Wir spielen Weihnachts-Memory mit dem Vujo, mit dem Bachelor. Hallo Vujo. Schönen guten Morgen, hallo, servus, hallo. Du, fit und munter. Ja, mir geht's super, super, mega, mega. Ich kann es wirklich nur sagen, ich bin heute mal aufgestanden und habe meine 20 Frauen gesehen und es geht mir wirklich, wirklich gut. Hast du denn für deine 20 Frauen schon Weihnachtsgeschenke gepostet? Nein, ich meine, das muss ich nicht machen, weil ich denke, Frauen haben mich als Geschenke und dann sage ich einfach, hey, da bin ich. 500 Franken, ich kaufe das Gutschein, würdest du trotzdem nehmen? Ja sicher, da könnte ich mit Samira arbeiten gehen oder auch natürlich mit Carmen. Ich meine, ich finde sie wirklich super. Gut, 10 Kugeln sind es an der Zahl an unserem FM1. Weihnachten, Christbaum und 2 kannst du jetzt auswählen. Wenn die zwei gleiche Symbole dahinter stecken, dann gibt es die 500 Franken Vujo. Welche Kugeln darf es sein? Ja normalerweise, die, die mich kennen, würde ich sagen, ich nehme es zweimal zu sechs, aber das geht ja nicht. Darum nehme ich das Achte und das Zehne, einfach so spontan, wie ich bin. Du nimmst das Achte und das Zehne, also decken wir mal zuerst das Achte auf. Den haben wir heute Morgen schon mal gehabt, das ist nämlich der Sami Klaus. Das Zehne sind, wah, die Glocken. Nichts, Vujo, schade. Die Glocken? Ja, ich sage, meine Glocken habe ich selber, also von dem her passt es ja nicht, oder? Das tun wir jetzt zensieren, würde ich sagen. Nein, Steven Müller, super gemacht aus Grossau, danke.